Hallo und herzlich Willkommen. In diesem Video geht es um chemische Symbole. Du kennst bereits einige Symbole für chemische Elemente, wie H, O oder C. Nachher kannst du erklären, wie die Symbole für die chemischen Elemente entstanden sind. Der Film besteht aus 6 Abschnitten. 1. Die chemischen Elemente 2. Elemente im 18. Jahrhundert 3. Die internationale Chemiesprache 4. Ursprung der Elementenamen 5. Die Elemente des Altertums 6. Entdeckte Elemente und ihre Namensgebung 1. Die chemischen Elemente Sicher habt ihr euch schon in der Schule das Periodensystem der Elemente angeschaut. Vielleicht habt ihr euch die Frage gestellt, woher stammen die Symbole für die chemischen Elemente? Im Video möchte ich diese Frage beantworten. 2. Elemente im 18. Jahrhundert In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, das heißt zu Lebzeiten Lavoisiers, benutzte man bereits den Begriff Element. Die Darstellung der Elemente durch Symbole sah damals so aus. Wir vergleichen mit der Darstellung im Periodensystem der Elemente und stellen fest, der Elementbegriff war damals anders als heute. 3. Die internationale Chemiesprache Am Beispiel des Schwefels möchte ich zeigen, wie unterschiedlich in verschiedenen Sprachen ein chemisches Element bezeichnet wird. 4. Salfa So klingt es auf Englisch. 5. Sofre Das ist Französisch. 5. Asufré ist der Schwefel auf Spanisch. 6. Scharka Ist Polnisch. 6. Sera Tschechisch. 7. Sera Und Sera Russisch. 7. Liu Gua Ist Chinesisch. 8. Zwavel Sagen unsere holländischen Freunde. 9. Das internationale Wort für Schwefel ist Sulfur. 10. Das Symbol für das chemische Element Schwefel ist S. 4. Ursprung der Elementennamen Der Name eines chemischen Elements kann unterschiedlichen Ursprungs sein. Bei einigen Elementen kommt der Name direkt aus der lateinischen Sprache. Manche Namen stehen auch unter griechischem Einfluss. Mitunter wurde auch aus einer der Sprachen oder gar aus beiden ein Kunstwort gebildet. 5. Die Elemente des Altertums Diese Elemente sind den Menschen schon lange bekannt. Sie haben keinen Entdecker. Der schwedische Chemiker Jöns Jakob Berzelius leistete um das Jahr 1812 eine wichtige Arbeit. Er entwickelte die moderne chemische Zeichensprache. Von ihm stammen die chemischen Symbole. H Schauen wir uns einmal einige Elemente des Altertums an. Kohlenstoff International Carboneum Das ist ein Kunstwort. Es wurde latinisiert. Symbol C Schwefel International Sulfur Das ist Lateinisch. Das chemische Symbol ist S Eisen International Ferrum Das ist auch Lateinisch. Das chemische Symbol für Eisen ist Fe Kupfer Kuprum Kuprum Das ist auch ein lateinisches Wort. Es bedeutet, dass das Metall von der Insel Zypern stammt. Das chemische Symbol ist C U Zin Stannum Ein lateinisches Wort. Das chemische Symbol ist S N Zink Zink Zinkum Klingt lateinisch, ist aber nur latinisiert, lateinisch gemacht. Das chemische Symbol lautet Z N Der Name hat deutschen Einfluss. Man nimmt an, dass er von Paracelsus stammt. Gold Gold Aorum Ein lateinisches Wort. Chemisches Symbol A U Silber Argentum Ebenfalls lateinisch. Chemisches Symbol A G Ag Argentinien wurde nach dem Silber benannt. Blei Klingt komisch. Plum Um Ist aber so. Ein lateinisches Wort. Chemisches Symbol P B Quecksilber Hydrargyrom Das Wort latinisiert. Chemisches Symbol H G Der Name ist dem Griechischen entlehnt. Flüssiges Silber. Er stammt von Dios Chorides. Sechstens Entdeckte Elemente und ihre Namensgebung Wir treffen Namen im Zusammenhang mit dem Aberglauben an. Kobolde und Trolle spielen eine wichtige Rolle. Wo? Bei den chemischen Elementen Kobalt und Nickel. Kobold und Nickel sind Berggeister. Man glaubte sie seien schuld, weil man Probleme bei der Verhütung hatte. Manche Eigenschaften kann man als Charaktereigenschaften darstellen. Manche Eigenschaften Manche Eigenschaften